Danke dir, dass du auch. Ich hätte dich gefragt. Kannst du dich vorstellen, wie du siehst? Kannst du dich vorstellen, wie du siehst? Was hältst du von dem Implantat? Ist eine Chance für die Patientin. Meine Sehscheide kommt aus dem Forschungsinstitut, die sich mit der Tracheapothese entwickelt hat. Das ist eine gute Arbeit. Theresa. Ich wollte nur noch mal deinen Dächeln sehen. Wird doch beraten. Das ist eine gute Idee. 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 Untertitelung. BR 2018 Can I see you as you can, I can see you as you can? Why? I can see you as you can. I can see you as you can. Catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. What is that? It's a black nose. Don't let me tell you. What does it feel? I can see you as you can. I don't care about it, Mark. From when? I'm not a pup that you can wear. Of course not. There's a color. The color. The color was just... It was just not... It was just a color. It was... Wenn ich, ähm, es ist egal, was ich jetzt sage, oder es ist alles falsch. Willst du es nicht mal anprobieren? Schickes Gleif, Frau Kobiege. Finden Sie. Ich stelle Sie ihn ganz gut. Hab ich eigentlich schon Danke gesagt? Ja, danke würde ich das vielleicht jetzt nicht gerade in der Szene. Schnell, schleich dich nicht hin und trifft die Zeug davon. Oh Gott. Ich erinnere mich gerade an einen Innenraum. Und ich erinnere mich an einen Innenraum. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017